So, jetzt wollen wir den Subber mal richtig testen, ne? Auf Herz und Nieren hier. Ich will mir auch Kleidung kaufen, aber ich hab nur 6000 Dollar, das reicht natürlich. Was macht der hier? Toll. Sagt der mir die Preise, oder was? Wo bist du? Hier hinten? Ach ne, hier kann ich... Hier hinten. Das ist ne geile Lokalisierung. Hier. Ja, hier links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. 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 Hey, wo bist du denn? Ja, Mann hier. Links. Rechts. Hinter dir. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Ach da, hast du nen Anzug an. Hast du mich echt nicht gesehen? Nee. Dein Name wurde nicht angezeigt. Hey, Rowdy. Licht an. Hey, Rowdy. Mal das Licht an. Hey, Rowdy. Hier, der Auto-Personen-Transport unten. Lass das mal machen. Das muss ich drücken, damit ich nicht mehr gewöhnlich laufe. Alter. Vier. Auto-Personen-Transport. Für uns kein Problem. Einfach alles erst mit deinen Koordinaten an den A-A-A-A-S und verbring dich an dein Ziel. Luca 63. Was ich schon immer mal machen wollte. Du wolltest schon immer mal nach AG aus wirklich? Ne. Ja. Ne, in einem Videospiel einfach Taxi fahren. Das wollte ich schon immer mal machen. Das ist fast so cool wie im GTA-Verflug, was man nicht überspringen kann. Meinst du, das kostet Geld? Lass mal unter uns, ne? Ja. Ey, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung, ne? Ja. Ne, und... Geld spielt keine Rolle. Du musst doch nicht in unsere Karre, eigentlich. Die hab ich versteckt. Wo ist es warm? Warm oder kalt? Äh... Kalt. Also wärmer. Kälter. Kälter, wärmer, kälter. Wird immer wärmer. 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 Brennt? Brennt schon? Ne, noch nicht. Kälter. 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 2 Minuten, Alter. Kälter verflucht. Wärmer. Ich glaube, es ist hier drin. Kälter. Kalt. Kalt. Kälter meine ich. Wärmer. Wärmer. Aber kälter. Ahhhh. Wärmer. Das ist hier auch nicht. Wärmer. Das ist nicht unser. Nö, wir haben Flugangst. Das kennen wir doch. Ja, gleich ist die Rede, wa? So, ich werde soweit. Also, ich hab mal... Warte, mach kurz. Von Helikopter war jetzt aber nicht so die Rede. Ich hab... Ich hab nicht so... Bin nicht so... So gut mit Fliegen und so. Oh. Wir haben auch Kotzbeutel irgendwie. Das ist kein Problem. Also... Äh... Da bin ich... Aber wir haben... Wir haben ein Vorstellungsgespräch und das... Ist ja nicht so gut, wenn man dann vollgekotzt ist. Kotzbeutel sind genug da. Ja... Wenn sie das sagen... ... Mama hat gesagt, es gibt niemals genug Kotzbeutel. Ja, das ist so. Ey. Die ganzen Ladefläche ist voll damit, also... Huuuuhhhh. Haha! Wir sind auch gar nicht losgeflogen. Ja. Ganz ruhig. Haha. Das ist das Geräusch einfach. Dich auf dem Weter sind zu kotzt. Haha. So, jetzt mache ich das Geräusch. Okay. Wohin wollt ihr überhaupt? Ein Ragios! Oh Gott, was ist der denn? Irgendwo war das hier gestürzt, mein Lieber. Das ist die Kacke, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall auf Alte. Achso, das ist ja Elf. Kannst du hier hinten mal Licht anmachen? Ein bisschen dunkel. Ja, Stromspannen und so. Hä? Boah! Was? Delta? Ja. Das ist Agios? Bläh! Ich bin der Agios, ich kotze dich aus. Ich halte dir auf die Hand. Das ist doch hier Agios Dionysius, oder wie das heißt. Gibt es noch eine Agios? Zum Dionysius wollen wir aber nicht. Eigentlich wollen wir noch Agios. Ja! Agios Konstantinos wollten wir. Ja! Hier schlägt er ein. Jojo. Wir müssen dich schon genauer ausdrücken. Also wir wollen jetzt nach Agios. Wir haben doch gesagt Agios. Ja, das ist auch Agios. Und ich dachte, die Taxi war am Ahnung. Das ist Agios Konstantinos. Weißer Ort. Ja, wo ist das denn? Links. Links! Also da, wo der Daumen rechts ist. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, wir auch nicht. Ich glaub nicht, dass das ein Landeplatz ist. Ja, ich bin. Und da ist jetzt Agios Konstantinos. Das ist wirklich nicht ganz koscher. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Was sollen wir denn hier? Ich hab keine Ahnung. Hier wollen wir gehen. Na, sie haben uns doch hier hingebracht. Ja, wir dachten hier wär was. Hier ist ja nur ein Ödel. Heute Mittagszeit ist ja auch nicht mehr. Hier ist die Mega-Metropole. Guck euch die Bevölkerung hier an. Überall sind Leute. Ja, dann bleib du doch hier. Ich hab auch noch einen Aufdruck für einen Kollegen. Hier abholen und dann mal ein bisschen zacki zacki zum Vorstandsgespräch. Oder sie überlegen sich das anders und bringen uns mal zur richtigen Stelle. Ja. So, was ist denn jetzt? Wollt ihr hierbleiben oder woanders hin oder? Also wir wollen jetzt eine Agios Konstantinos. Dann müssen wir noch mal eben einbleiben. Also, fliegen sie jetzt mal hoch. Ich führ sie jetzt. Also, pass auf. Sie wenden jetzt ein bisschen links. Pass auf. Wenden sie links. Bleiben sie stehen. Wenden sie links. Ja, westwärts. So, jetzt fliegen sie ein bisschen geradeaus. Ein bisschen weiter links bitte. Sie müssen nicht so hoch fliegen. Hier ist schon richtig. Hier, landen sie mal hier. Hier, da vorne bei der Laterne. Da muss das glaube ich sein. Da wo das Licht brennt, genau. Jo. Ne, das Licht meine ich nicht. Das ist hinter ihnen. Nein. Ja, gleich haben sie es ja. Warum bringen sie uns dann nicht die gleiche hin? Wie gesagt, Agios Konstantinos. Und sie fliegen nach Zimbabwe oder so. Keine Ahnung. Ja, du bist ja nicht. Ja, du bist ja nicht. Warten sie mal eben. Das kann nicht lange dauern, weil wir sind überqualifiziert für diesen Job. Wir sind die Besten. So Herr Detter, sie haben sich hier gemeldet, um als Tankwart zu arbeiten hier. Ja. Na, was bringen sie denn so mit? Für Qualifikationen. Den Luca, achso. Ähm. Ich bringe Nappen mit, den ich anhab. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne. Aber ich mein so, schulische Bildung und was haben sie schon so für Praktika gemacht? Haben sie schon mal gearbeitet? Haben sie da schon mal was, haben sie da was irgendwie aufzuzeigen? Ne. Braucht man das als Tankwart? Ne, das ist schon mal gut. Das war die richtige Antwort. Kriegst du schon mal einen Pluspunkt? Äh, und bei welcher Tankstelle darf ich denn dann arbeiten? Ja, hier hat die Koordinaten 0, 6, 7, 1, 5, 5. Ah, sehr gut. Ja. Richtig. Das ist eben gut. Ja. Also, ich hab den Job nicht bekommen. Ich hab den Job nicht bekommen. Das war auch mein Beileid. Wieso ist ja keiner gestorben? Ja, auf jeden Fall müsste ich jetzt zur Tankstelle, wo ich arbeite. Bei welcher, äh, hochqualifizierten Tankstelle arbeitest du denn jetzt? Äh, bei der Tankstelle 0, 6, 7, 1, 5, 5. Ein, äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Danke. Danke, du wirst sehr schnell verreicht werden. Ja. Ich glaub, da verdient er mehr als ihr im Helikopter. Zu Arbeit. Das kann so hier sein. Äh. Vor allem mach ich meinen Job dann ordentlich. Hahaha. Ne, warte mal, das ist jetzt Quatsch. Hier will ich nicht arbeiten. Ich wollte eigentlich da hinten zu der Tankstelle. Hahaha. Warte mal. So. Das ist ja 0, 6, 1, 1, 5, 0. Hahaha. Ich glaub, wir gehen ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Sie kriegen auch gleich die erste Tankfüllung umsonst. Hahaha. Oh, das war gut. Hahaha. Da hab ich dir noch nen Schnicker auf, äh, Leipen. Also, ne, also. Also. So viel Geld. Okay. Bleiben wir beim Inziehen. Also, ja gut, das hätte man zwar. Schließen sie mich dann ein. In der Hälfte der Zeit machen können, aber trotzdem okay. Ne, w-w-witzig. Ne, aber nicht gut. Hahaha. Hahaha. Also, okay. Hahaha. Das eine schließt ihr das andere nicht aus. Ich fand's nur nicht gut. Hahaha. Hahaha. Das ist unsichtbar. Ich glaub, er erwartet Trinkgeld aber nicht. 6, 2, 1, 5, 1. Ähm. So können wir noch einmal die Hand geben. Hahaha. Hahaha. Zu schnell. Hahaha. Hahaha. Oh. Oh. Ich hab was vergessen im Vortrag Konstantinos. Hahaha. Oh nein. Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Hi. Was geht? Haben sie kurz ne Minute Zeit. Also. Ja, wir wurden gerade von nem Taxi-Hunternehmen nach Agios gefahren. Da hat mein Kollege was vergessen. Jetzt würden wir ganz gerne eigentlich wieder dahin. Aber das Taxi war so teuer. Ist der ASS nicht online? Ja, doch. Aber der hat uns dahin gebracht. Und ach. Das ist schlimm. Mit dem. Das ist ne leire Geschichte. Äh. Wo wollt ihr hin? Nach Agios. Agios? Richtig. Äh. Ja, komm. Das liegt quasi auf dem Weg. Warte, ich sitz vorn. Hahaha. Das ist jetzt bei mir. Ja, okay. Wenn sie fliegen wollen. Also. Ist doch ganz bequem hier drin. Ja, sie fliegen halt ein bisschen bei mir durch die Luft. Das ist halt. Und. Ich kann nicht schneller fahren. Man kann nur 10 km h fahren, wenn man hinterher da drauf sitzt. Ich drück das Gaspedal durch. Kannst du mal dein Kumpel. Könnt ihr mal beide Plätze tauschen? Wir können uns ja gerne auch äh. Weil er sieht immer die Luft. Wir können uns ja gerne auch äh. Wir hätten mal kurz ne Bitte. Ob sie uns vielleicht mitnehmen könnten. Bitte? Bitte? Ja, ob sie uns mitnehmen könnten. Wir wollten eben bei dem da mitfahren. Aber das ist ein Trottel. Hahaha. Wo wollt ihr denn hin? Nach Agios. Was? Ich muss aber vor allem mal kurz den Zwischenstopp bei DPS machen, ok? Bei DP11? Also. Ich such das mal eben. Also das passt sonst ja jetzt gar nicht so in den Kram. Ne, ihr könnt auch ruhig aussteigen. So ist es nicht. Ne. Das wollen wir nun auch nicht. Ja, also da war ja das andere Taxi-Unternehmen noch besser. Hahaha. Also wir haben eben schon das Taxi-Unternehmen gefragt, ne? Das war besser als sie. Und das war schon scheiße. Hahaha. Ich seh ja auch nicht aus wie ein Taxi, oder? Du siehst aber auch aus, als ob das nicht mal nen Führerstein hält. Ich glaub sie sehen eher... Es ist auch blöd, wenn sie aussehen wie ein Taxi. Sie sehen eher aus wie Taxifahrer. Hahaha. So, mal kurz gucken, wo Agios ist. Hahaha. Das ist eigentlich nicht so weit. Hahaha. Hahaha. Ja, wo ist denn das denn? Da sehen sie bald vor lauter Bäumen nicht. Ja, wir können das jetzt so machen. Entweder ich steig jetzt aus, oder ich rufe die Polizei. Ja, machen sie. Was sie denken. Hahaha. Der blinzelt bei mir nicht. Es ist so creepy. Hahaha. Der guckt mich einfach nur an. Mit starrendem Blick. Hahaha. Also rechts ist frei. Da kommt die Polizei. So, da sind unsere Helfer ja schon. Ah, sehr schön. Die bringen uns jetzt nach Agios. Die bringen uns jetzt nach Agios. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Versteh ich nicht. Oh, okay. Ja, das ist doch perfekt. Nun seht ihr mal, was sie uns hier eingebrockt haben. Von Agios ist das auch nicht, ne? Ja. Sind wir mit? Hallo? Sind wir mit? Wir müssten einmal nach Agios. Hahaha. Tschuldigung, ich weiß nicht, ob sie es merken, aber sie wäre gerade immer schneller. Ich sag das meiner Mama, dass die jetzt einfach wegfahren. Fiesling ist das. Ein Raudi ist das. Hahaha. Mach's nicht an. Ach, das bringt doch nicht. Wir können das Spiel auch andersrum, ne? Hahaha. 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 Jaaaa. Hahaha. Hahaha. Hey! Oh, fuck. Was ist das? Was ist das? Weg, fahren sie weg, fahren sie weg. D인을 an. Das war's nicht mehr. Oh, fuck. Nein. Kein. Ich schuldigung. Ja, ich trage mich, fahren sie weg. Ja, ich trage mich, fahren sie weg. Ich trage mich, fahren sie weg. Das war's nicht. Ich trage mich, fahren sie weg.